Herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft SkyWars. Wir spielen ja drei Runden oder so und schauen mal wie gut wir uns diesmal schlagen. Vielleicht hoffe ich es gleich mal gucken. Ja aber wieder auf dem altbewährten Hypixis Server. Und ja. Hier ist zum Beispiel schon gleich die erste Sache wo man ja wieder runterführen könnte. Da man sicher hier rüber bauen muss erstmal. Aber diesmal habe ich es geschafft. Und jetzt ist das ein richtig Leggy Typ. Alter der leckt Ava rum ey. Ja und dann mach. Leckt der Ava? Die lenken gerade alle bei mir. Was ist denn da los? Am F3 ein A. Ah jetzt geht es wieder. Ja. Ja. Na klar. Na ja. Wir sehen uns in der Nähe. Äh wir machen nur in der Zweifel. Blub, blub, blub. Joint Schild. Und. Da, da, da. Ja alles tolle Namen wie ihr seht. Vielleicht kennt ihr ja jemanden. Nein. Und der ist in der Mitte. Aber was für geil ist, hier gibt es ja in der Mitte einen Amboss den wahrscheinlich wie immer niemand abbaut. Und, den ich jetzt abbauen werde. Noch kurz den hier weg machen werde. Äh ja. Den werden ich so weg hauen. Ja, dafür bist du true hit, weißt du. Ich hab ja den Stärke-Effekt. Boah, mann hat der mich erschreckt. Naja. Achso, ich brauch dafür ja noch Level. So, dann hab ich das gemacht. Der Typ, hör auf. Ja, ist ja gut. Beruhig dich mal wieder. So, dann brauch ich mal wieder hier zwei Cobblestone-Dinger. Oh, ich muss ja doch noch in die Mitte wegen der Enchantment-Table. Ja komm, dann töd ich dich halt jetzt. Mist. Ja, hast du gut gemacht. Und der ist auch da. Lol. Fehlt doch noch einer? Ach, der ist da hinten. Hä? Gibt's hier doch keine Enchantment-Table? Sieht nicht so aus. Dann hitte ich den schon mal an. Ja. Guck mal, man sieht noch seinen Kopf durch. Typisch Minecraft-Bugs. Guck mal, man sieht ihn wieder da durch. Ja, tg. Das ist halt, weißt du, wenn man in einer Ecke steht, kann man die trotzdem hitten. Das ist ein Minecraft-Bug. Oder halt eben, du kannst nicht in einer Ecke stehen, ohne dass du gesehen wirst. Man kann natürlich auch versuchen, logisch zu erklären. Aber, na ja. Machen wir doch jetzt die dritte Runde. Das war eine gute und eine schlechte. Weil die Leute mir so ein bisschen rumgebackt haben. Ich weiß nicht, schon wieder die Map verfolgt. Ich bin nur noch auf diesen Map. Dabei mag ich sie überhaupt gar nicht. Das ist eben das einzigste, das schlechte ist. Ach, die habe ich vergessen. Okay, da war nichts drin, ne? Oh, hat die, äh, der ist gut ausgerüstet. Da wurde sie noch runtergeschlagen. Machen wir gleich noch eine, noch eine Runde. Gucken wir ja noch mal ein gutes Ende haben. Und es geht los. Schuhe, hier ist nichts mehr. Wo sind die, die zweite, die zweite ist glaube ich auch da. Ja, da. Okay, er war gerade an seiner Kiste, deswegen. Du hast die schlechtere Position, ja. Also, normalerweise ist es unten hier nicht die schlechtere Position. Aber in dem Falle ja schon, weil... ich ihn dadurch halt da runter schlagen konnte, nach hinten. Wie ihr soeben auch gesehen habt. Und ich glaube, da kommt jemand. Oder auch nicht. Ähm, gibt es denn hier oben in der Mitte auch noch Kisten drauf? Ich weiß es gar nicht. Ja, gibt es. Ein Bogen ist auch schon mal was Feines. Okay. Ein Bogen weggemacht. Das war natürlich schon ein schöner Schuss. Da kommt jemand hoch zu mir. Okay, der ist schon mal runter. Ich bin auch runter. Naja. Nur noch drei Spieler. Mal gucken. Ich habe 10 Millionen Spitzhacken. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Ich habe hier gerade sortiert. Das finde ich jetzt auch ganz schön unhöflich. Oh, kein doppelter Drop. Ich habe so ein Perk, das ja halt auch jemand doppelt gibt. Diese doppelt, also halt Chance, doppelt, äh, Erze zu bekommen. Ich musste gerade mal sortieren. Ich habe keinen Kompass, das ist doof. Ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Ach doch, da hinten ist er. Voll. Er hat sich nach unten längs gebaut. Oder ist das der, der sich da unten längs baut? Ja, das ist, äh, er geht jetzt weg. Ja, setz mal da Wasser hin. Mal gucken, ob du noch da reinkommst. Ah, war knapp. Hat man gesehen, das war ganz knapp. GG. Ähm, ja. Das war es dann mit der wunderschönen Folge Minecraft Skywars. Ich hoffe, es hat euch nicht einmal gefallen. Äh, ja. Wie gesagt, auch schon halbwegs das Server. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, bis dann und ciao. 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 Ciao.